Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute wieder ein bisschen Arena-threaten in Richtung Champion Division wieder. Zu Season 12 wurden ja auch alle Punkte wieder resettet. Ich werde auf jeden Fall versuchen, heute so ungefähr zwei Divisions nochmal aufzusteigen. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Items-Shop an und gucken, was wir für Skins haben. Zum einen haben wir den Mopser-Skin. Der hat jetzt auch seit Season 12 noch einen weiteren Stil, einen dritten Stil bekommen. Eine ganz lange Zeit, seit Season 9 hatte der ja nur den Stil. Dann glaube ich zum Weihnachts-Update, irgendwie 11.3, 11.4, irgendwas in dem Dremus ist das gewesen sein, hat er noch den Festlicht-Stil bekommen und jetzt mit Season 2 hat er noch den Milit-Stil bekommen. Eben halt passend zu diesem Agenten-Thema. Ähm, sieht er eigentlich ganz nice aus. Jetzt eben halt insgesamt drei Stile. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und dazu hat er glaube ich auch die Hundetasche neu bekommen, genau. Für 200 V-Bucks im Backpack. Passt er eigentlich ganz gut dazu. Allerdings eben halt wirklich eigentlich nur zu dem Milit-Stil. Das heißt leider nicht irgendwie mit verschiedenen Stilen. Das Backpack wäre wahrscheinlich etwas besser gewesen, weil das so eben halt wirklich nur auf einen einzigen Stil davon wirklich gut passt. Dann haben wir die Kau-Knochen und die Wurf-Lackierung noch dazu. Als nächstes haben wir dann hier den Fade-Skin mit der Kugel des Unheils. Dann haben wir den Schicksalsrahmen und den Spaltflügel-Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier wieder den Nickerchen-Skin. Der war ja mit dem Update im Prinzip reingekommen, wo Stary Suburbs in 10 drin war. Ist aber trotzdem eigentlich ein nicer Skin, auch wenn es den Ort ja jetzt natürlich nicht mehr gibt. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dazu gibt es die Einschlafhilfe-Spitzhacke. Für 800 V-Bucks eine animierte Spitzhacke ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann der Nachtpfleger dazu und die Trauma-Flackierung, die auch eine leichte Schimmer-Animation hat. Dann haben wir die Experten. Den Light-Show-Skin noch. Den Signature-Shuffle. Dann haben wir die Saxophon-Groove-Musik. Hörte sie sowieso im Dauer auf dem Hintergrund. Deshalb wird die jetzt auch nicht nochmal extra abgespielt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Musik. Und für 200 V-Bucks auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir schwer beschäftigt. Da glaube ich auch schon etwas länger nicht mehr im Shop. Dann haben wir noch als allerletztes den Bombastische-Mode. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.